Da sind wir wieder bei Uncharted 2 Das ist übrigens auch der Synchronsprecher von Joel aus The Last of Us Also der klingt echt komplett so Also nicht so 1 zu 1, aber ist schon crazy Wie ich Probleme habe, erstmal willkommen zurück Mann, ich komme mir nicht dazu richtig mal zu sagen Ey Leute, ich liebe euch Irgendwie kam ich dazu nicht Aber Leute, ich liebe euch Ich möchte jedem von euch einen Kuss geben Warte mal, das kann nicht sein Wir sind irgendwo falsch abgebogen Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin Wie Papa Errol, was? Was? Na Flynn, was soll das? Hilf mir einfach Echt mal Du lässt mir einfach helfen, man Joey, was ist los mit dir? Los geht's Danke MP, ich helfe doch gerne Ich bin halt ein netter Typ Der hilft auch mal anderen Leuten Bist du bereit? Und das ist kein Preis Ist ja klar, dass ich einmal komplett so rum muss Mann, Mann, Mann So Und hinauf? Nö, nö, du sollst da hoch Hopp Ja, nicer, nicer Fusion Plus Auf geht's Alles klar Sexy hier Du bist auf jeden Fall schon mal da dran Ähm Greif mal die Leiter da oben Okay, okay Macht er hier Furchtsprüche oder was? Komm mal her Komm mal bei die Mama Hoch da An die Leiter Du Lachsennacken Danke, danke Hab sie dir runtergeworfen Ja, du bist halt ein sozialer Boy Immer musst du weggehen, ne? Ich bin hier noch am Klettern Und du bist hier schon am Wegjumpen Okay Hier geht's zum Hof Nein Da gehen wir nicht lang Ich brauche meine Haut noch Okay Hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben Haut ist doch voll überflüssig Also mal ehrlich Wer braucht denn Haut? Habt ihr Haut, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare Also ihr braucht jetzt nicht unbedingt Haut, ne? Ich bin auch ohne Haut geil Schließlich sieht innen drin jeder Mensch gleich aus Und Schwung Und Schwung Und rüber G G-Hive Ja, sehr gut gemacht, Joel Alter, was machst du denn, du? Alter Was tust du? So Du bist so ein Trottel, Mann Dinger Um Kopfweh Hier ist ein Headshot Mach Headshot Okay Hier um die Ecke muss eine Tür sein Hier gehen wir rein Wenn wir durch sind Geht alles nach Plan Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Du bist da Ich bin hier Tritratrolala So, da ist die Tür Let's get ready to rumble Oder auch nicht Abgeschlossen Dann gehen wir wohl wieder nach Hause Glück bin ich auf sowas vorbereitet Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel Moment Was, eine Alarmanlage Die war letztes Mal noch nicht Ah, klasse Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden Es muss hier irgendwo sein Also wenn ich jemand bin, der eine Alarmanlage baut Dann bin ich Wäre ich ja so schlau Um die Alarmanlage so zu bauen Dass ich sie nicht entschärfen kann Sondern die Hinter der Tür ist Und nicht auf der Seite Wo man nicht durch soll Und Ah Das ist ja Total dämlich Also mal wirklich So, geht da lang Oh, da hat was geleuchtet Wex ihn Geht da lang Da müsste der sein Einfach das rote Ding runter, genau Was leuchtet doch noch Egal Juckt kein Da war ein Naughty Dog Zeichen Habt ihr das gesehen? Auf der Triste Er ist das gesehen Habt ihr ihn richtig gegeben Was schön hier Da ist der Turm Ja Aber wir müssen übers Dach Und von hier kommen wir nicht aufs Dach Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen Durch das Tor da drüben Ja Okay, dann los Ob ihr das schafft Seht ihr, wenn das Licht angeht Okay dass wir die Tore so bauen, dass man klettern kann. Also, Respekt. Haben sie gut gemacht. Sollen wir raufgehen, oder? Zack! Ich habe mir das wohl nicht gerechnet, Ranjit. Ich will nach Hause telefonieren, Mann. Warum machst du denn Funk? Ich bin doch direkt hier. Zack! Und weiß. Ich muss sofort kommen. Gute Nacht, Süße. Schlaf schön und träum, was Süßes von mir. So. Richtig einen Kick gegeben, Mann. Ein Roundhouse-Kick. Hast du gut gemacht, Minion. Ja, ja. Los, rein da. Oder, wo willst du hin? Wo willst du hin? Okay, dann vielleicht willst du da hoch? Nein. Okay. Wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriegen. Hey, hey. Nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na, toll. Übernimmst du das? Warte. Oh, Mann. Wo muss ich das machen? Wurde ich da hoch? Hallo? Ich muss auf die andere Seite springen, sehe ich gerade. Und hoch. Dann haben sie aber gut versteckt. Also, ich will hier niemals irgendwie Kontrollbesuche machen oder Reparaturen, ey. Und war doch noch so ein Ranschied. Eins, zwei, drei. Hast du's? Ja. Schnell. Okay, okay. Los. Beeilung. Moment. Moment. Okay. Wir müssen über den Hof um aus Dach zu kommen. Okay? Ich lasse dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Stell dir mal, Aka. Geh zum Brunnen. Wo geht ihr noch so gut? Jorgen. Wie machen wir das denn am besten? Wegen die sich auch nochmal? Oder? Zack. Gute Nacht, Freund Sahne. Weil? Weil? Okay. Ich muss da hoch. Ninja-Experte Das ist nur ein echter Ninja Als ob Ich hab sogar Ninja-Experte bekommen Als Erfolg Arsch Mich hat keiner gesehen Ich wollte ihm gerade eine geben, Alter Ich wollte ihm gerade eine geben Nach dem Motto Du hast mich nicht gesehen, Alter Hast du mich gesehen? Nein Er hat mich gesehen, ne? Als ob, ich bin doch weggerannt Seht ihr mich da auf dem Bild? Nein, ich bin nicht da Ach, Jungs, Alter Du hast mich nicht gesehen, Mann Aua Leute, er hat mir gegeben Ach, nein Die sind doch alle scheiße, Mann Was soll das nochmal? Wir waren so weit Wir waren so fucking So Wir warten jetzt hier Gute Nacht Schlaf Danke So, letzter hoch nochmal Zack, zack, zack Gute Nacht Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster Ich weiß welches Das Spiel hat es mir verraten Welches Fenster? Und rennt da einfach schon hin Man weiß doch mehr Bescheid, als ich dachte, wa? Zack, zack Wir haben es geschafft, Leute Wir sind am Fenster Einmal runter Einmal hoch Und wir sind drin Wunderbärchen Mist Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder Zu unseren Gunsten Oh, ne klasse Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann Die sind nur zur Betäubung Also vollkommen ungefährlich Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, äh Gute Idee Gut Gut Okay Nur ein kleiner Tipp Die Reichweite ist lausig Wir müssen also dicht ran Kriegst du das hin? Ich kann schießen, klugscheißen Okay Gut, schalten wir die Typen aus Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar, umarım Bu bizim görevimiz değil ki Umar neki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar Ich bin doch voll erwischt Okay, die Reichweite ist echt lausig Hau In den Popo Okay Ich weiß nicht ungefähr, wie die Reichweite schon mal ist Aber die ist echt scheinlich Das könnte gehen Du denn Ah Ich war gerade irritiert, was er von mir möchte Er muss doch mal kommunizieren Also ich bin ja oben, ne? Lass mich raten, ich musste an der Tür eigentlich auf dich warten Machst du prima Ja danke, schönen Tag noch, ne? Ehren sie uns doch bald wieder Ihr Tom An dein Tom Arsch Rechtswohl kannst du hier einfach reinstürmen, ja? Mp Ich bin halt kein Egoist, ja? Wenn es geht, rette ich dich Hopp Wow Hat ja funktioniert Und nochmal Ja Easy Kein Ding für den King Hahaha Okay Da ist der Tom Ist nicht mehr weit Danke für die Info, Schlaumeier Ja Aber wie kommen wir da am besten hin? Nicht nach unten sehen Nicht nach unten sehen Was ist denn da unten? Ein Pony? Oder zwei Ponys? Oder drei Ponys? Oder fünf Ponys? Ich mag Ponys, Leute Komm schon Ich komm ja schon Aaaaaah Hab dich, hab dich Du hast zugenommen, Mann Ah, Mann, das war knapp Okay, keine Donuts mehr für dich Aber Donuts Ich mag Donuts Wenn du mir meine Donuts nimmst Werde ich dich erschießen Dann, okay Was jetzt? Er holt wieder sein Seilchen raus Das schaffe ich Ja Nochmal Du bist oben Gucken wir mal einmal zur Sicherheit Geronimo Ja, hoch, hoch Ja, gerade läuft das Klettern ganz okay Tschüss Er ist nur betäubt Er ist nur betäubt Er schwimmt Ist einer unter mir? Ich bin jetzt gerade verwirrt Er ist am Ende hier oben auf dem Dach Echt ein scheiß Job, oder? Ja, großartig Ich sehe dein Haus Weiter jetzt Ich bin noch dabei Habe ich schon gegeben Zack Ja, wir Profis wissen halt, was geht, ne? Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum Keine Sorge Warum soll denn da kein Licht brennen? Hat der junge Mann hier was gegen Licht, hä? Ich glaube, der hat was gegen Licht Mist Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist Was macht sie denn? Komm schon, Chloe Braves Mädchen Oh yeah Oh mein Gott Was uns wohl jetzt erwarten wird Марt Und so Ja Ja Und so Vielen Dank.